Hallo und herzlich willkommen zu Wortwahl im Netz, Österreichs erstem Online-Slam. Hallo, wir sind hier am Mozartplatz in Wien im vierten Bezirk. Das ist die dritte Vorrunde. Bühne frei für Concerto Cristal. Hallo, ich bin die Christel, ich möchte Österreichs Next-Topslammer werden und deshalb habe ich euch einen Text mitgebracht, der was in zwei Teile unterteilt ist. Und der geht so, 98, die Muse. Was schreibe ich bloß, was schreibe ich bloß für Auftritte, für Slams, für Shows. Ich liege der Muse tief im Schoß und leckte ihre bittre Soße, hab sie geküsst und zartlieb gekost und trotzdem kamen keine Flows. Was ist da los, was ist da los? Ideen ähneln den flüchtigen Gesichtern in den Bahnhöfen von Dichtern. Ja, ja, so könnte man's umschweifen, hab Ideen, kann sie nicht greifen. Muse, ich krieg keinen Steifen, wie soll ich mein Ziel erreichen? Was schreibe ich bloß, was schreibe ich bloß? Das mit dem Bahnhof war nicht schlecht, oder? Wien Nord, Wien Süd, Wien Ost, Wien West. Wien Süd ist nunmehr Quartier Belvedere. Wien Ost, der Bahnhof des Kaisers von Österreich und Mähren. Wien Nord, das ist der Bruderstern. Und Westbahnhof? Kein Haupts mit Gehren, das kann nichts werden. 99. Südbahnhof. Südbahnhof, oh Südbahnhof. Warum hast du weggenommen? 1972er Jahre ich bin da gekommen. Also immer Rad, Arbeit, brav, Inka nette, immer graben. Meine Chefe immer sagen, schneller Rad, schneller Rad. So, ich arbeite wie Pferde, immer starke, immer schwere. Mit dem Grampatsch, Eisenschere, ganz zu eins, ich grabe. Habe, der, meine Herren, so muss arbeiten. Aber Schwabe, Nesna, nicht der Kokorade. Schwabe immer spekulieren, gut denken und studieren. Ganze Tag nur taquinieren, andere Leute protegieren und bei mir nichts integrieren. Joi, 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 nichts verstehen. Don't hate the player, hate the game. Too much thinking makes insane. Human resource, that's your name, work for us. We won't be paying. Kapitalistische Maniere. Immer wollen profitieren. Polizei immer papieren. Warum bei mir nichts akzeptieren? Warum immer schimpfen auf die Duschen? Wer montiert deine Dusche, reparieren wenn Schwabe pfuschen, hä? Kusche, so küsst ich sicher nicht die Musse. Ich weiß ja, warum Musse mich nix küsst. Reteitsch. Gut, ich weiß, warum die Musse mich nicht küsst. Mann. Wenn so ein Bruder Menschel ist. Wenn ich jetzt schon im Fernseher bin, darf ich noch schnell wen grüßen. Ich grüße die Mama, den Papa, den Maxi, die Maya und die Lea und alle, was mich kennen. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.